Herzlich Willkommen zur PORTSELS TALKSHOW zum Herzen Spieltag der Reich Super League Freunde Begegnügen FC Züge gegen FC St. Gallen welches zum Spieltag der Zerskott Abschnitt 24 Ausdreiber ist Servet Genf am Samenstieg gegen den FCS Mönchengladbach Und dazu zu den Herzen Begegnügen FC Basel FC Lugano FC Honig spielt zu Hause gegen den FC Sier und Lugano konnte meistens über Ib als Gast Und zur Info Spiele 1. Züge gegen St. Gallen Da ist es eigentlich nicht so Züge In diesem Spiel tun wir auch keine Stille mehr nehmen Und damit fangen wir gerade noch am Ende an und ich spiele Servet gegen Samenstieg Samachs So, es ist Roma und die Dobby sicherlich ein ganz spannendes Spiel Roma und die Dobby hatten wir schon lange nicht mehr Das heißt, so lange ist es auch nicht her Es ist etwa 2 Jahre her Es ist etwa 2 Jahre her Die Dobby ist Einmal ganz zu sagen Wenn man den Fakt im Spiel Zusammenhang schaut Samachs haben jetzt alle Roma und die Dobby gewonnen gegen Servet Das spricht für Samachs Vielleicht eher mal Man kann sagen Das spricht eher für Samachs In der Phasen in der sie gerade drin sind Aber sagen wir mal auch Servet Wie man da vielleicht auch sieht Erfrag Servet Ist auch unter andern Einfach stärkste Team in Super League Also wird auch schwer Für Samachs das Spiel zu gewinnen Genau Und wenn wir jetzt wieder von Favoriten reden Ich finde es wird sicher ein spannendes Spiel Mehr oder weniger Weil es einfach wirklich so ein bisschen zwei Mannschaften So ein bisschen von der Roma und die sind Genau Und jetzt Ich denke Samachs hat auf jeden Fall um einiges mehr Erfahrung in der Super League Aber man sieht Servet ist wirklich sehr stark und so Da muss man halt schauen Es könnte ausgeglichen sein Aber es könnte auch nicht ausgeglichen sein Ich würde jetzt mal auf Servet Einfach weil wir von der Leistung her hier in dieser Saison schon gezeigt haben Wir haben immer noch eine Stelle nehmen auf das Spiel Wir haben noch einen Kontersieg gemacht gegen Thun Aber ich sage jetzt mal Es töte sich ein bisschen kressen Das war das Spiel allein Das Spiel allein ist jetzt nicht so Einzig Weil Thun hat auch Chance Man hätte dann auch gut geschossen Man hätte sogar Thun gewinnen Ich sage jetzt mal Aber So ist es halt immer heute Weil der Gole ist wie es kassiert Es heißt auch Effizient Von Servet war auch wirklich mit vier Goalen Weil ich überbaut das zufischen Also ja Mit vier Goalen kann man halt wirklich nicht mehr sagen Es ist effizient Wir haben es wirklich klar dominiert Sie sind einfach die bescheidener in der Mannschaft Und ja Da haben wir einfach mal so gesehen Was ist passiert Wenn ich jetzt mal wirklich ein wirklich perfekt organisiertes Team gegen jetzt so einen Thun spielt wo einfach so ein bisschen geschwächt ist und so Ja Da kommt halt so etwas Ich muss aber wirklich klar sagen Also Servet ist halt wirklich Hattie übergumpelt Aber ob es jetzt in diesem Spieltag in diesem Duell auch so vorkommt Werde man gesehen Gut Es steht eigentlich Heisst Thun gegen Lio Und ich habe also Ecke Thun hat zwar heftig heftig weitergekommen gegen Servet Schon war aber Spracherin Aber in internasicht hat mich dann auch ganz ein schlechtes Start Und hat Thun gegen Lio Ich glaube Unbestimmt Aber so viel Ich meine Ich habe auch noch gespielt Endfall hat sich jetzt Montan relativ die verletzten Spieler sicherlich auch wie Sio spricht Und Sio momentan ist auch Sio richtig richtig stark Also ich behaupte er ist Sio sogar der Favorit Aber Thun ist eine Mannschaft Ich kann jeden Spieltag wieder Fernsehen Spielen Also überhaupt nach der Breite ob die Folge hat oder nicht Ich sage mal Eher nein Weil Thun holt sich auch wieder zurück Naja Also jetzt noch mal zu der Aussage dass Sio eventuell der Favorit ist Ich denke eher dass es ziemlich sicher ist dass Sio Favorit ist Weil ich meine sie sind jetzt auch wirklich einer der stärksten Teams momentan der Super League im Momentan echt richtig viele Punkte geholt Sind ja jetzt auch schon auf Platz 3 Das habe ich nicht erwartet Aber muss man sagen haben sie Plus Minus auch verdient Und genau jetzt gegen Thun wieder Und Ja Eben Jetzt eigentlich auch noch eine Frage Ich habe ja noch gehört ob es Konsequenzen oder solche Sachen möchte geben mit der Pleite von Sio eben letztes Mal Ja genau ob das Gold wird haben vielleicht ob sie da etwas ändern oder so Also ja könnte man noch das Spiel auch umkehren Das weiss man auf jeden Fall Letzt wenn ich mal Adrien von Sion im Fokus hatte der will so weg und Adrien wechselt zwei Partys in Tiocai aber auch Martin Anger wechselt also ist weg der wechselt in die holländische Liga also zwei Spieler sind weg Segen wir mal zwei ich habe mal gute Spieler für Sion Martin Anger ich sind geile Spieler aber auch schon zwei Jahre lang in Sion bin ich ganz starke Spieler aber auch Adrien schon ganz starke Spieler jetzt ich habe die Frage wie her ist jetzt Sion gespacht ich habe gesehen ganz starke Spieler geholfen ich bin der Brasleiner was geholfen hat ich habe auch ganz starke Spieler sie behaupten das Spiel wird wahrscheinlich sie ja gewinnen aber ich würde das tun noch nicht unterschätzen weil in Super League hat ja viel passiert also sage ich da wie man das sicher gesehen ist 3,3 also 4,3 Goals hoffen wir dass sie auch torig wird genau also eben es kann wirklich ein auf den anderen Tag kann sich Sachen ändern da gehen wieder die Spieler und so also ob das jetzt eine Auswirkung hat dass jetzt Adrien geht denke ich könnte schon eine kleine Auswirkung haben aber gut also es könnte ja wirklich eine spannende Masse sein und sich das 2-2 oder so werden das wäre auch nur ein realistischer Tipp genau nächstes Spiel ist am ich habe fast mit am Stück äh eben am Sonntag meine ich ist das Spiel FC Basel gegen F. Lugano haben wir genau gesehen Lugano hat vierte Spielzeug ohne Sieg und Basel hat nur ein Spiel und es hat 22 Spiele verloren also man kann ganz klar sagen FC Basel wird das Spiel gewinnen und was absolut der Fakt ist muss Basel das Spiel gewinnen kann man so sagen ja genau also ob man jetzt muss oder so ist eine andere Frage klar Basel ist eigentlich immer noch einer von den oberen ähm also meine Meinung auch ein Favorit so und jetzt ähm gegen Lugano man muss sagen vier Spiele ohne Sieg sie hatten auch einfach ein bisschen Pech in der letzten Zeit aber es hat auch effizient ein bisschen gefällt und ja genau die müssen sie auch haben jetzt wenn sie dann übermalen also ja wie auch immer ähm werden Basel dann spielerweise ja also Valentin Stocker ist wie Basel oder Captain der spielt man eigentlich sehr stark Basel hat kein Spiel verloren oder Valentin Stocker im Captain war eigentlich Spiele verloren und dort ist bei Valentin Stocker kein aus dem nicht der Weg gewesen deshalb habe ich gesagt wir sind ganz zu hart geschätzt sag ich mal ganz logisch heute wird das nicht über das Spiel zu diskutieren wenn die Leute sagen das nicht über das Spiel zu diskutieren viele Leute sagen ja Basel hat nicht mehr mehr diskutieren ich meine auch Basel Favorit aber Lugano muss sich in dieser Partie auch steigern weil wir momentan es nicht so stark haben ich kann ja sagen sehr stark sind sehr stark sind sehr gut gemacht haben es 400 gewonnen gegen Zürich wenn man jetzt Zürich anschaut sagt man da ich mache ich Zürich ich habe mache ich einen Verein der gerade einfach nur schlecht spielt ja momentan ja und deshalb auch Verständnis dass wir Lugano gewinnen aber sonst Lugano hat einfach schwach gespielt auch keinen Siemens geholt ja und deshalb wird hier das Spiel sicherlich schwer vor allem in Basel spieler für die Heifers noch ein bisschen einfacher aber Lugano muss auch sicherlich was wollen wenn sie es noch wollen also wenn sie es noch wollen kriegen scharf oder sonst wenn sie sogar zusammen hat gewinnen dann wird es dann ganz hart dann kann sogar Lugano auf den nächsten Platz runterfallen ja aber ich denke das wird eher unrealistisch sein also Lugano muss sich vielleicht noch etwas ändern sie könnte noch mehr aus ihrem Team herausholen und ja und wenn das auch passiert dann könnte sie auch wirklich einmal gegen Basel ein spannender Match werden rechte also ganz klar was der Fabri kommen wir zum nächsten der ersten Partie es ist Partie Luzern gegen Ibe die anderen an sich fast ein ähnlicher Verein sagen wir mal wie Lugano sagen wir mal punktemässiger aber ich kann sagen die beste Partie die sie abgeliefert haben ist Partie gleich gegen Sion haben sie zwar verloren aber trotzdem die beste Leistung macht denn Ibe spielt ebenfalls keine Champions League weil sicherlich halt die Kasse innehaut dass man als kein Champions League spielt weil wenn man sich zum Champions League qualifiziert kriegt man schon mal als wie so als Start Kapazitäten kriegt man schon mal 13 Millionen also richtig schön viel Platz ja ja muss man sagen Ibe durchschnittlich 4,2 also durchschnittlich 4,2 Goal geliefert ist er deportiert und Samy ist da momentan der Goal getter von Ibe der hat da 5 Goal schossen aber man muss sagen der Huarro war eigentlich auch mal geschworen also ja und auf jeden Fall gibt es eigentlich auch nicht mehr so gross zu diskutieren wer jetzt so der Fabri ist mich würde einfach auch von euch interessieren ob es jetzt eher gut oder schlecht findet dass jetzt Ibe nicht in der Champions League spielt also wenn ich als neutraler Zuschauer ist es mir ja eigentlich gleich Hauptsache sie spielen international weil sie wirklich ein großartiger Klub mit vielen Ambitionen sind und ja von dem her es ist bitter wirklich sie hat wirklich verdient in die Champions League aber genau eure Meinung würde mich auch interessieren und ja dann wäre es auch für von mir ja wenn wir vielleicht noch sagen wenn wir vielleicht noch ausstellen zum ersten Luzern gehen was spielt für Luzern sicherlich mal die Defensive weil die ist relativ stabil man schießt also man kassiert nicht zu viele Goals man schießt immer noch 20 Goals und kassiert eben noch im Gegensatz zu viele Goals aber es ist ja nicht so dass man es halt irgendwie 5 Goals kassiert und kein Goal schießt sondern es ist halt so wie zum Beispiel in Sion man schießt von 2 Goals immerhin nur ein Goal wenn man es dann schießt und nicht schießt ist halt sicher egal weil es ist ein Goals zu wenig das ist ja auch so aber man kann sicher sagen man kann ja auch ein Spiel gegen Sion aufbauen es ist eben ohne Sieg durchstehen wie viele Spiele kann er verlieren bis er fliegt aber der weiß es dann auch noch nicht er will dann auch noch ja überhaupt ich liet auch ein Vorstand halt wenn man so ein Vorstand wie bei Sion dann wäre man schon wahrscheinlich schon auf dem Stuhl drauf auf dem Katapult drauf das hätte man auch gesagt aber noch nicht dann wegflogen vielleicht nach dem Spiel dann wegflogen wenn man das verliert aber ich meine logisch jetzt kann man immer immer irgendwie sagen wir mal ich meine man kann jetzt nicht irgendwer Ebay mit Thamaks vergleichen und sagen ja ok wenn ihr das Spiel verloren ist dann sicher egal weil der Gegner das Spiel müssen gewinnen aber man kann auch sagen wie immer das Spiel verliert weil ja Ebay auch ein verstaubes Team ist und man ein neues Spiel schaut wenn es ein neues Spiel gegen ein hechter Gegner ist ein Spiel gegen Thamaks oder so dann muss man dann schauen wenn man dann auch verliert dann ist das schon immer einfach so rot wie was macht man falsch was muss man verändern ja wenn ihr zu meinen jetzt bei Ebay über gut findet dass es Opel spielt und nicht gut findet dass Opel spielt wie ja wie letztes Saison wenn ich gut in euer Opel leg ich denke wenn Ebay jetzt nicht zu stark gegen jemanden kommt sagt man nicht zu stark gegen jemanden sagt man dann kann es durchgekommen dass sogar Ebay das 8. Finale kommt ich sage Qualität hinzu dafür auf sicher ich sage also eigentlich ist das dafür gewesen ich hoffe es hat euch gefallen und ich würde mich freuen wenn ihr euch da einen Daumen nach da legt vielleicht sogar 10 Likes auf dem Video wenn wir riesig freuen 10 Likes auf dem Video schaffen immer das bestimmt zum nächsten Mal Tschüss Ciao und aufs Wiedersehen bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal